Ich durfte als allererste mit 21 ganz bezaubernden Kindern den neuen Ninjago Tempel erkunden. Bei der Eröffnung des neuen Lego Ninjago City Adventures im Legoland Discovery Center steigt die Anspannung. Eine eingeladene Schulklasse bekommt die Möglichkeit, die neueste Attraktion noch vor allen anderen Kids zu testen. Hier gibt es aus zwei Ebenen ein Bällebad, eine Rutsche, ein Laserlabyrinth, eine Kletterwand, die sich auf jeden Fall mehr als nur nach oben bewegt, sondern auch zur Seite. Also nur die ganz Trainierten können das schaffen. Und wer den gesamten Parcours übersteht, der darf Meister Wut treffen und wird selber zum Ninjag. Das Legoland Discovery Center ist das erste seiner Art. Ohnehin schon bietet es den Kindern ein breites Freizeitangebot. Das Lego Ninjago City Adventure reiht sich als neueste Attraktion ein. In den engen Gängen des Klettergerüsts dürfen sich die Kinder dann austoben. An der rotierenden Kletterwand wird Koordination und Kraft auf den Prüfstand gestellt. Im Bällebad herrscht reges Treiben. Wer schnell zum Boden zurück will, nimmt die Rutsche. Vor allem der anspruchsvolle Laserparcours ist ein Highlight für die Kinder. Wer mit einem der Strahlen in Berührung kommt, der verliert. Meine beiden großen Kinder gehen sehr gerne ins Legoland Discovery Center Berlin. Also wir sind hier regelmäßig und finden es besonders toll, dass das neue Ninjago-Land jetzt aufgemacht hat mit den ganzen neuen Attraktionen. Ich würde unbedingt anderen Eltern empfehlen herzukommen, weil die Kinder haben total viel Spaß. Man kann hier auch gut sitzen und essen und trinken und die Kinder können sich hier frei bewegen. Man braucht keine Angst haben, dass sie verloren gehen. Nach dem Spielen wartet das Ninja-Maskottchen auf die kleinen Ninjas. Doch wem das Toben nicht reicht, für den gibt es Abhilfe. Der Legotisch bietet den Kindern eine weitere Möglichkeit, ins Ninjago-Universum abzutauchen. Letztendlich ist, na klar, die Meinung der Kinder das Wichtigste. Ich würde mal sagen, der Laserbereich, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man darf keinen Laser berühren und am Ende muss man auf Ziel drücken und das macht eben sehr viel Spaß. Ich habe mich auch besonders auf den Lego-Ninjago-Bereich gefreut. Ich habe erwartet, dass es richtig Spaß gemacht hat und ich freue mich jetzt, dass ich hier in Legoland bin. Ich komme es nur mitang. Ich komme es in Legoland und ich komme es nur mit ребен parentisch. Ich komme es nur mit.